Ja, heute geht es um das Erfolgsrezept für jede Neupartei. Ja, das heißt also, liebe Herren und Damen, Magdi, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, wenn Sie das nicht berücksichtigen, dann sind die Parteien gescheitert. Und ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, es beginnt jetzt schon auch im Internetfernsehen die Berichterstattung zu den Landtagswahlen Baden-Württemberg. Und wer kommt da nicht vor, sondern taucht da nur als Minibildchen irgendwo mal kurz auf? Das sind die Basis und wir 2020. Also in der Liste der großen Parteien taucht sie nicht auf. Und auch bei den kleineren Parteien werden nur Parteien wie die ÖDP oder die, wie nennt sich das, diese Freien Wähler und so weiter genannt und andere Kleinparteien, aber auf keinen Fall wir 2020 und die Basis. Also wie eine Neupartei, wie überhaupt kann sie Erfolg haben? Sie muss als erstes einmal erkennen, die Erkenntnis des Weltrates der Next Scientist for Future übernehmen, nämlich, dass es, und da schauen wir uns das hier an, aha, da fehlt noch was hier, das hier müssen wir uns anschauen, dass es den antikooperativen Anteil gibt. Und was sind eigentlich die jetzigen Parteien? Das sind die, die jetzigen Parteien, da sind es einfach unterschiedliche Sparten der Gesellschaft, die bestimmte vorteilbringende Irrtümer reindrücken in die Bevölkerung und in die Parteien und die dann sozusagen die Vorteile, die Karrieremöglichkeiten und Gewinnmöglichkeiten für bestimmte Sparten vergrößern. Denken Sie nur an die SPD. Da drängen sich die Sozialsparten rein. Ja, da und bewirken, jetzt schauen wir uns das hier an. Wir haben hier also den großen Kuchen und bis jetzt geht es bei den Parteien und das sind alle Altparteien, da geht es immer nur darum, welche Sparte drängt sich mit ihren Irrtümern rein und vergrößert ihre eigene Kundschaft. Zum Beispiel jetzt die Sozialsparten drängen in die SPD rein. Die SPD plädiert für Mindestlohn und für Tariflöhne und für Gewerkschaften. Die führen aber in der Folge zu Massenarbeitslosigkeit und Dauerarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit, weil dann nämlich alle, die niedriger qualifiziert sind als die Mindestlöhne und gar keine Chancen mehr haben, überhaupt noch in Arbeit reinzukommen, weil sich Unternehmer nicht leisten können, niedriger qualifizierte Leute für einen überhöhten Mindestlohn zu finanzieren. Dann gehen sie nämlich pleite als Unternehmer. Also bleiben die dann Kundschaft für die Sozialsparten, für die Arbeitsamtmitarbeiter und die anderen Sozialsparten, die sich dann erfreuen können, drei Millionen verwahrlosende Menschen betreuen zu dürfen und daran Karriere zu machen. Und bitte hier unten an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, und das heißt also, dass die SPD letztendlich ein Sprachrohr für die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten ist, der Gesellschaft Schaden zufügt, der Gesamtgesellschaft und auch allen anderen Sparten riesige Schäden zufügt, weil sie quasi eine Politik macht, die zu drei Millionen Dauerarbeitslosen führt, die dann ja die ganze Gesellschaft wie einen riesigen Mühlstein mit sich tragen muss und finanzieren muss und bezahlen muss. Das heißt also, oder schauen wir uns zum Beispiel den Gegenpol jetzt an. Die AfD zum Beispiel, die sagt, Nein, wir dulden nicht die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten, die an Einwanderern und Migranten und Asylanten sehr viel verdienen. Diesen geben wir kontra. Also diese vorteilbringenden Irrtümer unterstützen wir nicht. Im Gegensatz zu SPD und Grüne. Grüne zum Beispiel bringen ja sehr stark die vorteilbringenden Irrtümer rein. All derer, die an einem Übermaß an Einwanderung, Migration, Parallelgesellschaften und Asylparallelgesellschaften sehr gut verdienen und gute Karrieren machen und sehr viele Vorteile davon haben. Diese sozusagen, da ist die AfD kontra und die Grünen sind dafür zum Beispiel. Ja, also die Grünen sind eher Sprachrohr dieser Sozialsparten, also der eher einwanderungsbezogenen Sozialsparten. Und die SPD ist eher Sprachrohr der eher schon vorhandenen Sozialsparten, hier, wo es nicht um Einwanderungspersonen geht. Und so, und die AfD ist eben dagegen und blockiert gegen die Grünen sozusagen. Und dieses Spiel muss aufhören. Wenn Sie zukünftig eine neue große Volkspartei sein wollen, müssen Sie das Ganze durchschauen, müssen Sie das Ganze zum Thema machen und zum Problem machen und müssen deutlich machen, hier, hoppla, es geht nicht an, dass wir immer Gesellschaften, dass jede neue Partei wieder nur sozusagen für bestimmte Sparten ein Sprachrohr darstellt, um diese zu bereichern. Ja, zum Beispiel im Moment, die Neuparteien machen im Moment den Fehler, dass sie sozusagen für alternative Heiler sozusagen ein, für die ein Sprachrohr, für Narrenfreiheit, für diese sind. Ja, es ist selbstverständlich, dass in einer guten Politik auch alle alternativen Heiler den grundsätzlichen Zugang zu den Krankenkassen bekommen müssen, ja, wegen der Chancengleichheit und der Wettbewerbschancengleichheit. Und dass dann aber auch automatisch eine Leistungsmessung eingebaut werden muss, die dazu führt, dass man sozusagen unterscheiden kann zwischen Scharlatanen und Quacksalbern sozusagen, die es auch in der Schulmedizin geben kann, ja, jederzeit, und wirklich fähigen Leuten. Und diese Unterscheidung, die ist nur möglich, wenn man dann Leistungsranglisten einführt und öffentliche Ranglisten, wo jede Hausarztersatzpraxis oder jedes Hausarztteam oder Hausarztersatzteam in den Ranglisten auftaucht, so dass Sie als Wählerinnen, liebe Wählerinnen, dann gucken können, aha, in meinem Umkreis, da ist die Praxis, da ist eine Praxis, die steht in der Münchner Rangliste auf Position 10, die andere auf Position 40, die andere Position 300. Und dann werden natürlich die meisten vernünftigen Leute werden sagen, ich gehe mal, ich melde mal mich an, als Interessent für die Hausarztpraxis, die in der Rangliste Position das Team, das Position 10 einnimmt. Und dadurch filtert man dann die Quacksalber und die Scharlatane auf diesem Wege weg, weil die dann irgendwann einfach keine Kundschaft mehr haben und dann auch natürlich von den Krankenkassen dann nichts mehr bekommen. Aber jetzt drängen sich natürlich alternative Heilereien in die Neuparteien und wollen einfach ein sogenanntes leistungsloses Einkommen beziehen, nämlich so quasi Narrenfreiheit auch für alle möglichen Quacksalber und Scharlatane und so weiter. Ja, ja, und das darf nicht sein, weil das ist keine, da ist keine Fairness, da ist keine Leistungsgerechtigkeit drin, sondern da will nur eine bestimmte Sparte, Profite, also quasi an den Kuchen ran und will uns schädigen, indem sie einfach ein großes Stück aus dem Kuchen entnimmt, ohne dass gesichert ist, dass sie auch Leistung bringen für die Gemeinschaft, ja, nämlich Krankheitsverhinderungsleistung. Und so, wenn sie so ein Verständnis nicht haben, wenn sie also nicht verstehen hier zum Beispiel, jetzt gehen wir nochmal hier, also wenn sie nicht verstehen, dass also in den letzten 400.000 Jahren leider die vorteilbringenden Irrtümer eben mehr Geschäft mit sich gebracht haben als die Wahrheiten und dass wir das ändern müssen, indem wir positive Anreize gekonnt und gezielt setzen, so dass die positiven Anreize zum Aussterben der vorteilbringenden Irrtümer führen und dass dann nur noch die dann vorteilbringenden, also zukünftig nur noch die dann vorteilbringenden Wahrheiten überleben können in der Evolution. Wenn sie so eine Politik machen, dann können sie ihre Neupartei schon vergessen, weil das ist witzlos. Dann sind sie nur eine weitere Altpartei. Ja, also zum Beispiel könnten so Messgrößen sein, an der Sie die Verdienstzuschüsse aller Ärzte, aller Marktleiter, Kiosk, Restaurantleiter und so weiter berechnen, zum Beispiel die Wohlfühlstimmen der Kunden, die Gesundheitsdaten der Kunden, die Langlebigkeitsdaten der Kunden und so weiter. Sie sehen es hier, Langlebigkeit, also immer wenn ein Tod eintritt vor dem 127. Lebensjahr, dann läuft zum Beispiel die Note 7 hier weiter. Ja, also auf jeden Fall gibt es viele Messgrößen, allgemeine Messgrößen und spezielle Messgrößen, aber das ist dann die Kunst dessen, was die 20 Professoren, Doktoren, das Weltrats der Next Scientists for Future zu tun haben, beim Staatscoaching, nämlich wie man eine solche Reform so gekonnt macht, dass dieses Spiel die Sparten und ihr Krieg gegen den Rest der Gesellschaft sozusagen aufhört. Und nur das ist eine gute Politik, denn nur die führt zu einem Wirtschaftswunder von 700 Euro monatlich netto steuerfrei für jeden arbeitenden Menschen. Ja, dann schauen wir uns mal hier durch, was wir hier noch an Bildern haben. Also, ja, man braucht also ein Verständnis. Hier, das hilft uns jetzt nicht besonders weiter. Ja, wir müssen ja die Degeneration Deutschlands aufhalten. Wir haben in den letzten 40.000 Jahren angeblich schon 150 Milliliter Hirnsubstanz verloren. Wir müssen also unsere Bevölkerungspolitik, wir müssen alles korrigieren, damit Deutschland wieder ein leistungsfähiges Land wird, das im Moment auf dem Weg ist, ein abgehängtes Land zu sein, weltweit. Und hier, das sollten Sie dann auch beherrschen, die Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums in allen wichtigen Details, nur in den wichtigen Details, was man darüber wissen muss. Hier haben wir die Evolution nochmal umgedreht. Ja, die Gefährlichkeit von NGOs sollte man auch verstehen, denn diese versuchen auch, sich in die Wahlprogrammereien zu drängen und versuchen sozusagen, bringen ihre Vorteilbringenden Irrtümer rein. Was ist der zentrale, vorteilbringende Irrtum jeder NGO? Sozusagen, wenn wir mal hier die NGOs einzeichnen würden, dann haben wir hier die, ja, sozusagen, liebe Leute, macht ganz viel Aufwand und gebt ganz viel Geld aus und gebt sie am besten uns als Spenden, sodass unsere Geschäftsführer reicher werden. Also gebt ganz viel Geld aus für die Tiere, die Umwelt, die Natur, die Welt, die Weltbevölkerung, die Armen der Welt und, und, und. Also überall wird auf Mitleidstour gemacht, um Sie, liebe Wählerinnen, zur Bereitschaft zu bringen, dass viel Geld ausgegeben wird, dem dann aber gar kein messbarer Nutzen oft gegenübersteht an Wohlfühlensteigerung Ihrer selbst. Denn alle Ausgaben müssen doch in einem gesunden Verhältnis dazu stehen, dass Sie, wenn Sie viel Geld für etwas ausgeben, dann muss doch Ihr Wohlfühlen, Ihre Gesundheit und Ihre Langlebigkeit zum Beispiel durch Umweltschutz auch messbar gesteigert werden können. Also Umweltschutz bringt doch nur etwas, wenn Sie dadurch gesünder und länger und glücklicher leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das erst mal nur rausgeschmissenes Geld zum Fenster raus. Aber NGOs versuchen Sie natürlich, dahin zu manipulieren mit Ihren vorteilbringenden Irrtümern, die Sie in Neuparteien gerne einbringen, sie dahin zu manipulieren, dass Sie viel Geld ausgeben und der Gesundheitsnutzen und der Langlebigkeitsnutzen und der Wohlfühlensnutzen nahe Null ist. Am Ende sind es nämlich nur die, die am Ende profitieren, einfach wieder die Geschäftsführer der NGOs. Denn allgemein wird dadurch insgesamt auch die Spendenbereitschaft gesteigert. Wenn solch eine Partei ja quasi zum Werbesprachrohr für NGOs wird, dann landet auch wahrscheinlich mehr Geld in den NGOs. Und dann haben die Geschäftsführer sich wieder schön bereichern können und können sich größere Gehälter ausbezahlen. Und das Zweite, was Sie also sozusagen ja wissen sollten, also das war jetzt das Kapitel. Sie müssen sich öffnen dafür, dass die Naturwissenschaft, und das kann halt nur der Weltrat und die Next Scientists for Future richtig, dass es diesen antikooperativen Anteil gibt, dass es das Antikooperative, das Manipulative, das Parasitäre, das Schmarotzerische gibt, in dem jede Sparte versucht, so viel wie möglich zu schmarotzen an der Restgesellschaft. Und dagegen müssen Sie Politik machen. Sie müssen also eine Politik der Fairness und der Chancengleichheit und der Wettbewerbsgleichheit und der fairen Chancen für Leistungsgerechtigkeit und für so etwas müssen Sie sorgen und nicht für leistungslose Einkommen von Sparten auf Kosten aller anderen. Das Schmarotzerische muss einfach aufhören und das können bisher nur die Next Scientists for Future. Da sind wir beim nächsten Punkt, nämlich wenn Sie das Erfolgsrezept für eine neue Partei geht also nur darüber, dass man eben externe Experten verwendet, die das Spiel der Sparten durchschauen. Und das heißt, dass Sie grundsätzlich mit externen Experten und internen Experten zusammenarbeiten müssen und dass Sie Ihre Wahlprogramme grundsätzlich als Volksentscheide aufbauen sollten. Warum dann auch als Volksentscheide? Ja, weil zum Beispiel der Weltrat, und da sind sich ja auch die meisten einig, eine Demokratisierungskette vorschlägt. Erstens, wir brauchen am Ende, vielleicht müssen wir aus, die ARD ist ja sehr groß, das ZDF relativ klein, wir müssen wahrscheinlich aus der ARD zwei Großanstalten machen, sozusagen. Die ARD, gesamte ARD, vielleicht in zwei, vielleicht Norddeutschland, Süddeutschland oder so in zwei ganz große Sender machen, sodass wir dann drei große öffentlich-rechtliche Sender haben. ZDF-Bereich und ARD 1 und ARD 2 oder ARD Nord, ARD Süd oder von mir aus auch West und Ost, wie Sie wollen. denn dann müssen die ja sozusagen letztendlich auch gemessen werden daran, ob sie bei den Kunden, bei deren Hörern auch einen Nutzen bringen, nämlich das Wohlfühlen steigern, die Gesundheit steigern und die Langlebigkeit steigern. Das heißt, dass also auch Medien an ihrer Effizienz gemessen werden. Und dafür ist es natürlich ideal, dass alle diese Medien müssen natürlich absolut werbefrei werden und so weiter. Das haben wir ja alles schon erklärt, wie die Medienreform aussieht. Dann haben wir denn in diesen drei öffentlich-rechtlichen Großen sozusagen müssen jeden Tag in Radio und Fernsehen von jedem Sender eine Demokratie pur, freie Argumente, Plattform, Talkshow stattfinden, die quasi, wo der Bundeswahlleiter den Sendern jeweils für jede Sendung neun Personen liefert in der Reihenfolge der Anmeldung, die sagen, ich kann irgendetwas in diesem Lande drastisch verbessern, ich habe eine neue Reformidee für Deutschland. Und dann können die Zuschauer und Zuhörer, die Radio-Zuhörer per Telefon irgendwie wählen und so weiter. Und das gleiche Wahlsystem wird auch dann nochmal amtlich vom Bundeswahlleiter gemacht, entweder in Bürgerhäusern oder als Online-Konferenzen, die sogenannten Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, wo es dann wirklich darum geht, dass die Gewinner sozusagen auch die Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten herausfordern können und sozusagen es dann zu Neuwahlen kommen kann, schon nach einem Jahr eventuell. Und dann haben wir noch die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, also diese, und dann haben wir noch die Volksentscheide und dafür ist es dann wichtig und die bisherigen Wahlen gibt es dann auch noch. Und durch diese Demokratisierungskette, die nicht viel Zeit kostet, weil das kostet alles kaum Zeit, der Unterschied zu den Bürgerparlamenten und Bürgerräten ist immer, dass diese unendlich viel Arbeitszeit der Leute brauchen und am Ende nicht effizient sind. Und diese Konzepte, also diese Talkshows, wenn man da ab und zu so eine Talkshow schaut, wenn man mal Freizeit hat und dann mal mitwählt, sozusagen, das kostet kaum Zeit, die Vorwahlen, wenn man da alle zehn Jahre einmal an so einer Vorwahl drei Stunden Arbeitszeit verliert dafür, das kostet auch nicht viel Zeit und die Wohlfühlstimme kostet auch immer nur ein paar Minuten, die Übermittlung kann man in jeder Bank, in jedem Supermarkt tätigen und so weiter. Und innerhalb von einer Minute, zwei Minuten ist die neue Wohlfühlstimme drüben beim Bundeswahlleiter, sozusagen. Und die Volksentscheide, wenn man alle paar Monate mal so ein paar zusätzlich zur Wahl geht und das ankreuzt, dann ist das sozusagen auch kein großer Aufwand. Also mit ganz viel Aufwand hätten wir eine echte Demokratie, sodass also die Konzerne und Lobbyisten keine Bedeutung mehr haben für die Politik, sondern nur noch sie, liebe Wählerinnen, Bedeutung für die Politik haben. Und hier sieht man deswegen, deswegen müssen also Wahlprogramme in Zukunft immer als Volksentscheid gemacht werden, am besten in Querdruck und vielleicht so drei bis fünf verschiedene Expertenvorschläge. Hier geht es um Gesundheitsreform. Ich habe das alles gestern schon gezeigt. Presse, Radio, Fernsehen Reform und Kinderkrippen- und Kindergärtenreform und so weiter. Also ökologische Landwirtschaftsreform und so weiter. Also man sieht, so ein Volksentscheid, sodass man dann also sagen kann, ja, unsere Parteibasis hat erst mal vorläufig diesen Vorschlag präferiert, aber letztendlich, Sie, liebe Wählerinnen, machen beim ersten Volksentscheid, entscheiden dann zwischen diesen drei bis fünf Alternativen dann endgültig, was gemacht wird. Ja, und das ist doch echte Demokratie und nur solch eine neue Partei hat die Chance, eine neue große Volkspartei zu werden. Wenn dann einer dieser fünf Experten die Next Scientists for Future vom Weltrat sind, ja, warum müssen die unbedingt dabei sein? Weil sie sich einer simulierten Bundestagswahl gestellt haben und 56 Prozent der Wählerstimmen erreicht haben. Also die, das heißt, die einzigen Reformen, die wirklich mehrheitsfähig in Deutschland im großen Stile noch sind, also auch für eine Alleinregierung reichen, sind eben solche fairen Konzepte für alle und nicht nur solche Konzepte, wo es nur darum geht hier, dass bestimmte Sparten sich in Parteien reingedrängt haben und die Parteien zu einem Sprachrohr ihr eigenen Vorteil bringenden Irrtümer gemacht haben. Und das sozusagen, das habe ich ja vorhin verdeutlicht. Ja, dann gehe ich mal weiter hier. Schluck Wasser. So, dann haben wir also die Grundlagen für eine neue Erfolgspartei und dann vielleicht jetzt noch ein paar Kurznachrichten in der heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, News für Gebildete. Also so, wenn sie zufällig hier gelandet sind zum ersten Mal, hier ist der einzige Ort von Wahrheit in der Welt. Ich bin immer entsetzt, wir sichten ja alles, was da so kommt. Aber das ist, es ist so total beirrtumsbehaftet. Oft sind es nur die vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten, die wiederholt werden. Und dann dieser naturwissenschaftliche Bildungsmangel, der ist völlig entsetzlich. Also wir müssen unbedingt etwas dafür tun, dass Deutschland wieder klüger wird. Unbedingt. Ja, denn das ist ein katastrophaler Zustand. Also wenn sie hier sind, per Zufall, hier ist der einzige Ort, wo sie überhaupt Wahrheiten kriegen. Alles andere scheint mir ein Hort der Unwahrheiten und der Irrtümer und der vorteilbringenden Irrtümer zu sein. Ja, also wenn sie, jetzt kurz nachrichten, wenn sie ein Auto kaufen, warum machen sie das eigentlich? Sie kaufen doch das Auto, damit sie sich wohler fühlen als in den Öffis, den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, aber so richtig wird uns ja allen nicht bewusst, das wird ja auch natürlich von der Autoindustrie uns natürlich nicht ständig mitgeteilt, dass es unsere Langlebigkeit gefördert durch Unfalltode, und jetzt mit der Wohlfühlstimme, den Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten erfahren wir alle ganz genau, was aus den Konsumenten von Autos passiert. Wie früh die sterben und so weiter, wie ihr Leben verkürzt wird durch Autofahren und ihre Gesundheit geschädigt wird durch Autofahren, denn Autos sind auch oft sehr giftig und da gibt es viele Giftstoffe, die man abkriegt und so weiter. Schon das Innere der Autos ist extrem giftig und so weiter. Ja, also wir erfahren dann endlich auch immer ganz genau, wie gefährlich Autos wirklich sind. Und unser Ziel ist ja sowieso Null-Mobilität, ja, die Null-Mobilität. Genauso wie unser Ziel ist, Null-Arbeitslosigkeit, möglichst nahe Null-Kriminalität und dafür haben wir ja die richtigen Reformen. Ja, also bei den Medien, also wenn wir diese drei großen Medien haben, diese drei großen öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen, dann müssen wir gucken, dass wir die, ja eben, dann müssen wir wahrscheinlich die Wohlfühlstimmen aller derer, die häufig CDF schauen, vergleichen, mit allen, die häufig ARD Nord schauen und mit allen, die häufig ARD Süd schauen und so weiter. Und einer muss dann seinen Job jeweils verlieren. Also der, der den geringsten Nutzen für die Bevölkerung hat, hat dann also quasi nicht genügend Wahrheiten gebracht, die nützlich waren für die Leute. Den brauchen wir dann nicht. Der verliert seinen Job und ein anderer, ein anderes Medium kann diesen Job bekommen und wird dann auch wieder gemessen an demselben Ergebnis. Ja, und dadurch haben wir dann einen Wettbewerb zwischen Medien und es kann dann sein, dass die früheren öffentlich-rechtlichen wie CDF und ARD nach und nach ihre Jobs verlieren, wenn die Arbeit, die dort gemacht wird, nicht gut genug ist, weil andere besser sind. Ja, das erinnert mich auch an unser Konzept von das ja, wir hatten ja früher das Konzept Abschaffung der Werbung und drei Stiftungen Warentest, wo alle Produkte dargestellt werden in ihrer tatsächlichen Qualität und so weiter. Ja, aber würde sich Werbung überhaupt noch rechnen? Ja, würde die Werbung jetzt nicht ganz von selber verschwinden? Was macht Werbung? Werbung manipuliert sie, liebe Wählerinnen, etwas zu kaufen, das ihnen in Wirklichkeit gar nicht gut tut, aber dann profitiert die Firma und wenn sie zum Beispiel süchtig nach bestimmten Geschmacksdrogen werden, dann profitiert die Firma und so rechnet sich Werbung. Da aber dieses ihr süchtig werden nach Geschmacksdrogen wie Zuckerprodukten, die sie krank machen, sich negativ niederschlägt in den Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten in ihren Daten sich negativ niederschlägt, verliert die Firma mehr als sie gewinnt, dadurch, dass die Verdienstzuschüsse reduziert werden, denn die richten sich, die Verdienstzuschüsse an die Firma, das ist quasi der Rückfluss für die Gesundheits- und Langlebigkeitsförderung der Firma, diese Verdienstzuschüsse gehen zurück und zwar gehen sie mehr zurück und bedeuten mehr finanziellen Verlust letztendlich, als die Firma dadurch gewinnt, dass mehr von ihren Produkten verkauft werden. Also werden die Firmen erstens gar kein Interesse mehr haben, ihnen diese krankmachenden Produkte überhaupt Geld zu investieren, in die Entwicklung weiterer krankmachender Produkte, Geschmacksdrogen aller Art und so weiter, sondern die werden damit aufhören, sondern werden alles Geld in die Entwicklung gesundheitsförderlicher Produkte stecken und dann wäre ja auch eine Werbung diesbezüglich auch nicht schädlich, sondern wäre eigentlich nur ein Hinweis der Firmen, dass es ein neues gesundheitsförderliches Produkt gibt, denn wäre es gesundheitsschädlich, würde es ja wieder zur Reduktion der Verdienstzuschüsse führen. Also insofern hätten wir dann auch mit Werbung gar kein Problem mehr und bräuchten sie auch gar nicht mehr zu verbieten, sondern das kann jetzt dann jeder machen, wie er will. Ja, wir können das also freilassen, wir können das Konzept mit den drei Stiftungen Warentests eventuell aufgeben und ja und diese, aber diese drei öffentlich-rechtlichen Medien, die dann im Wettbewerb zueinander stehen, da ist eben, die sind quasi Partner des Bundeswahlleiters, beziehungsweise der Bundeswahlleiter ist der oberste Chef von denen und deswegen und der setzt eben auch die Termine wann im Tagesrhythmus, so dass also diese drei verschiedenen Sender, die einen machen das zu was weiß ich, da gibt es dann morgens früh eine Talkshow, damit alle die, die quasi gerade von der Nachtschicht kommen und noch was für sich noch einen Feierabend haben wollen und dann noch was schauen wollen, damit die was schauen können und wählen können, so dass dann also alle Teile der Gesellschaft mal mitwählen können und manche dann, also kommt irgendwie vielleicht eine Nachmittagssendung oder früher Nachmittag und dann kommt noch eine Abendsendung und so wird das immer über den Tag verteilt und dann macht einmal der eine Sender das an dem, der ist einmal für die Morgensendung zuständig, einmal dann für die Mittags- und einmal für die Abendsendung und so kommt das dann zu einem Plan und so leben wir Demokratie und üben uns in Demokratie und dann kommt es auch zu diesen Vorwahlen Mini-Volksentscheiden, die quasi genauso ablaufen wie die Talkshows, also die Talkshows sind quasi identisch wie die Dings, nur dass die, dass die Vorwahlen Mini-Volksentscheide die amtliche Wahl sind, wo Leute mit neuen Reformkonzepten hochgewählt werden können von uns Wählerinnen und das Ganze setzt natürlich, motiviert natürlich die Parteien dazu, diese neuen Reformer sofort zu kontaktieren und also die Parteien werden alle Beobachter dieser Talkshows und der Mini-Volksentscheide entsenden, um diese Leute dann sofort einzuladen als Experten, als externe Experten mit den Parteien zusammenzuarbeiten, denn für die Parteien wäre es schlecht, wenn überlegene Reformer quasi sie dann herausfordern und sie verlieren die Wahlen und werden dann abgewählt, verlieren den Zustand als Ministerpräsident oder als Kanzler und diese neuen Reformer bilden dann hinter sich neue Parteien, dann werden diese Altparteien, die also nicht sich richtig kümmern um neue Reformer, die werden dann abgewählt und verschwinden dann, weil das niemanden mehr interessiert. Ja, also das Interessante ist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, also ist ja dann so, dass das gemessen wird, das Verhältnis zwischen den Geldern, die die aus den Staatskassen beziehen und bekommen und den Wohlfühlstimmen, den Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten und den Wohlstandserhöhungsdaten in der Bevölkerung, also ein Medien müssen also Nutzen bringen, die müssen Wohlfühl steigern, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bevölkerung steigen und ein Medium, ein öffentlich-rechtliches Medium oder ein Medium, das Steuergelder kriegt, also eins von diesen drei Medien, dass das nur schlecht, bei ihren Zuschauern nur schlecht diese Wirkung entfaltet, ja, die verliert dann den Job und dann darf ein anderer Medienkonzern sein Glück versuchen, ob er es besser kann, ne, so, ja, und warum müssen wir denn die positiven Anreize überhaupt überall so detailliert und so kompliziert machen, sagen, ja, weil wir halt wissen um die Evolution, also um diese ganzen Sparten und um die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer, der parasitären Meme, der Killerviren, des Geistes, weil wir eben seit Weltrat und Next Scientist for Future darum wissen, wir wissen, dass es diese Negativ-Evolution gibt und dass überall unsere Gesellschaft, wir alle durchmanipuliert sind von den vorteilbringenden Irrtümern bestimmter Sparten, aller Sparten im Prinzip, wir sind eigentlich, unser Denken ist ein Sammelsurium an vorteilbringenden Irrtümern all der Sparten, die hier sozusagen liegen, all diese Sparten, zum Beispiel, sind wir selbst Teil einer Sparte, dann haben wir schon mal die eigenen vorteilbringenden Irrtümer, unsere eigenen Sparte im Kopf und dann kriegen wir aber auch noch all die anderen vorteilbringenden Irrtümer, aller anderen Sparten im Kopf, also sozusagen, eigentlich sollte jeder Mensch erkennen, eigentlich weiß ich, dass ich nichts weiß, im sokratischen Sinne, weil ich ja vollgestopft bin mit den parasitären Memen, den Killerviren des Geistes, die letztendlich auf die vorteilbringenden Irrtümer ganz vieler Sparten zurückgehen und eigentlich weiß ich gar nichts über die Welt, weil Wahrheit gar nicht an mich rankommen konnte bisher und dafür gibt es ja den Weltrat und die Next Scientist for Future, da können Sie die Wahrheiten erfahren. Ja, und dann Hartz IV, so, da muss ich wieder hin, Hartz IV, ja, wahrscheinlich, wenn man dann so jeden Monat 10% reduziert, sollte es wahrscheinlich reduziert werden von jetzt, glaube ich, Größenordnung 450, gestern habe ich was gehört, dass die Hartz IV im Fingerabfänger jetzt, also sogar noch mal 150 Euro extra geschenkt bekommen sollen, war irgendwas im Fernsehen zu sehen, ja, diese Verwöhnung, diese unendliche Verwöhnung ist eigentlich sinnlos, weil sie natürlich den Sozialspartlern dient, weil dadurch natürlich die Leute Sozialfälle bleiben, sozusagen, und arbeitslos bleiben und sie, liebe Wählerinnen, das Ganze bezahlen müssen, und sie bluten und die Sozialspartler gewinnen und ob es den Verwöhnten sozusagen wirklich gut geht als Dauerarbeitslose, das weiß ich nicht so recht, also das, ob die nicht auch an Depressionen leiden, so als Sozialparasiten zu leben, ich weiß es nicht, das müssen sie, müssen wir auf jeden Fall muss Hartz IV runterreduziert werden, auf die Größenordnung 130 bis 140 Euro im Monat, was weiß ich, ungefähr 45 Euro Strom, ungefähr 45 Euro Internet und Telefon, womit sie ja dann die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender empfangen können, alles andere ist sowieso nur Manipulation, das braucht kein Mensch und dann kriegen sie ja kostenlos noch eine neue Rechtsschutzversicherung, jeder Bürger rechtsschutzversichert, genauso wie krankenversichert und wenn sie Heizungsgelder einsparen, dann kriegt die Hälfte von den einsparten Geldern kriegen sie als Mieter sozusagen, dass sie auch motiviert sind, nicht nur Strom zu sparen, nicht nur Wasser zu sparen, sondern auch Heizung zu sparen, denn es gibt nichts gesundheitsschädlicheres als sich nackt auszuziehen und die Wohnung zu überheizen, da werden sie sehr schnell krank, das Beste ist, was ich gerade hier, was wir auch im Büro praktizieren, Fenster volle Pulle auf, warm angezogen, Ohrwärme aufgezogen und so Null Heizung, generell Null Heizung. Wir haben jetzt hier, das Thermometer zeigt 16 Grad, das reicht doch völlig und nichts ist gesünder als das und ich werde nie krank, also man wird eben, wenn man nicht heizt, wird man nie krank, wenn man heizt, wird man krank, also so sind die Wahrheiten, aber viele bringen natürlich die Unwahrheiten, die Leute haben kein Geld für Heizung und werden krank, die sollen doch einfach wie ich zwiebelmäßig sieben Pullover übereinander und schon friert kein Mensch mehr. Paar Hosen übereinander fertig. Die Realität ist, beim Ausblick werden die Basis und wir, das hatte ich schon erwähnt und wir 2020 praktisch nicht erwähnt, also das Totschweigen beginnt schon, also es wird wohl nur ein Sensationsprogramm, mit eben dem Weltrat und den Next Scientists als einer von fünf Experten, nur ein solches Sensationsprogramm, würde sich rumsprechen und würde sagen, da kommt ja eine ganz neue Dimension an Partei, mit ganz neuer Kompetenz, die uns also sozusagen, die den Krieg der Sparten gegen die Gesellschaft beendet endlich und die uns allen total gut tut und nur so etwas, wenn sich das rumsprechen würde, dann hätten diese Parteien eine Chance, aber da sie sich im Moment wie Altparteien verhalten, haben sie auch keine Chance, ja, also liebe Neuparteien, alle Neuparteien, die Einzigen, die sich nicht so verhalten, ist die Fraktpartei, das ist die freie Argumente Kulturpartei, aber die ist eben auch noch die kleinste und schwächste und ist glaube ich auch noch überwiegend im Orga-Team-Status und so weiter, ja, ist die Einzige, die sagt, genau das wollen wir machen, fünf verschiedene Experten, die gegeneinander argumentieren und wo dann am Ende als Volksentscheid die Wähler entscheiden dürfen, das ist die Mentalität der Fraktpartei, aber sonst hat niemand das übernommen sozusagen oder das ist in dem Falle auch so, dass diese Mentalität schon bei diesen Leuten schon vorher da war, die hatten den Begriff freie Argumente Kultur und bei uns hieß das Demokratie pur und wir haben das dann dazu genommen unsere Talkshows Demokratie pur freie Argumente Plattformen ja und übrigens dann ist mir aufgefallen wenn dann solche Sendungen da heißt es dann Selbstwertgefühl stärken so kannst du dein Selbstwertgefühl stärkern das ist auch wieder ein vorteilbringender Irrtum von irgendwelchen Psychospaten die sich gerne bereichern möchten an Menschen die auch durch dieses Selbstwertgefühl steigern führt nämlich zu einem Größenwahn das führt dazu dass dumme Menschen sich für die klügsten aller Zeiten halten sich überschätzen und dadurch im Leben scheitern dabei ist das eine der wichtigsten Fähigkeiten jedes Menschen zu erkennen ja hoppla wenn ich mal zurückblicke auf die Schule und auf das Studium ich war immer bei den Dümmsten und ich sollte mich auch verstehen als den Dummen der lernen sollte von allen anderen und der sollte anderen zuhören und so weiter und dieser Größenwahn der hat dazu geführt dass niemand mehr von anderen profitieren kann weil alle in der Illusion leben sie seien ja die klügsten und die schönsten und die besten und diesen Größenwahn der ist natürlich der nutzt am Ende nur den Psychospaten weil diese Menschen werden alle scheitern all diese Dummen die dann diesen Größenwahn haben die werden natürlich im Leben scheitern weil sie überall nicht lernfähig sind und anstatt bescheiden sozusagen von den Klugen zu lernen überall bei allen Jobs und so weiter spielen sie sich auf als die Alleswisser die in Wirklichkeit gar nichts können und damit scheitern sie natürlich auch im Berufsleben denn solche Leute hat niemand gerne aber die landen dann in den Praxen der Psychotherapeuten oder der Psychologen und diese Sparten profitieren davon deswegen kommen auch solche Konzepte wie Selbstbewusstsein steigern die kommen also hier aus den Psychosparten die ja relativ eng verwandt sind mit den Sozialsparten wobei hier dann vielleicht die Medizinsparten liegen und so weiter und die Psychosparten sind dann wieder verwandt mit den Medizinsparten und die verschaffen sich halt neue Kundschaft indem sie die Leute aufhetzen zu einem übertriebenen Selbstbewusstsein und damit in den Größenwahnsinn hinein manipulieren und dieser Größenwahnsinn macht das natürlich den Weltrat und den Next Scientists for Future die wirklich was können natürlich schwer Gehör zu finden wenn alle Leute auftreten mit ich bin ja selber schon der Größte und das ist das Dilemma Ja Ja und Ja und dann wenn es um das neue Amt für Arbeit Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung geht als Idee dann sollten wir immer auch im Blick behalten dass die dass eine mögliche Bevölkerungsvergrößerung ja auch dann ein Weg zu mehr Verdienstzuschüssen für dieses Amt sein könnte da müssen wir ganz vorsichtig sein vielleicht sollten wir da eher auf prozentuale Werte gehen also was weiß ich 70% aller Menschen in meinem Bezirk arbeiten und dafür kriege ich Verdienstzuschüsse denn sonst könnte ja die Gefahr bestehen dass man irgendwie auf Teufel komm raus die Überbevölkerung in dem Bezirk vergrößert damit man dann noch wieder mehr Verdienstzuschüsse kriegt also es gibt immer vieles zu tun immer drauf zu achten immer darüber nachzudenken wie könnte man jetzt das System so gut machen dass es zu keinen unerwünschten Effekten bei den ganzen Sachen kommt aber da finden wir dann schon immer eine Lösung das ist ja gerade die Kunst die Kunstfertigkeit die das Wissenschaftshandwerk der Next Scientist for Future dass man dafür alles eine sinnvolle Lösung findet die völlige Wertlosigkeit der Unis zeigte sich an einer Sendung noch mal ganz da gibt es unheimlich viel Primorium in den Universitäten rund um das Thema Ernährung und was geschieht je mehr die Universitäten da Leute beschäftigen die sich um dieses Thema kümmern desto schlechter wurde die Ernährung in den letzten Jahrzehnten Das 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 Ganze ist alles rausgeschmissenes Geld und Sie liebe Wählerinnen müssen das Ganze bezahlen Sie sind das Opfer das Ganzen Sie bluten dafür dass an den Unis leistungslose Einkommen bezogen werden völlig unfähige und inkompetente Leute da als Professoren auftreten und sich für die Größten halten obwohl sie nichts können und eigentlich ihnen allen nur Schaden zufügen aber genau deswegen brauchen wir die Wissenschaftsreform die Forschungsreform und die Bildungsreform damit das aufhört mit diesen leistungslosen Einkommen auf Kosten von Ihnen liebe Wählerinnen denn Sie zahlen sich dusselig und dämlich für all diesen Unsinn ja ja ich glaube jetzt zeige ich Ihnen noch wie ich rausgehe heute Abend bei der Talkshow ja so und heute Abend hier hier ist die Talkshow ja was ist das jetzt da stimmt doch was nicht ja hier sind wir jetzt und jetzt würde ich diese Präsentation beenden hallo hallo Sie sehen es jetzt hier das ist die Präsentation beenden dann sehen sich wieder alle Talkshow Teilnehmer in je nachdem in wie viel Kacheln ja sozusagen und ja hiermit beende ich diese wissenschaftliche Tagesschau heute jetzt kann man sich hier noch abmelden hat die Besprechung verlassen und jetzt ist man wieder im Ausgangszustand ja tschüssi das war's für diese wissenschaftliche Tagesschau heute tschüssi bis bald tschüssi